Lernt Deutsch mit uns Ich lerne Deutsch Du lernst Deutsch Wir lernen Deutsch Aber warum? Deutsch ist so weich wie die Gummibärchen Deutsch ist so hezelhaft wie ein Ubechschung sei Deutsch ist so merodisch wie das Jodeln in den Alpen Deutsch ist so klar wie die Sparowskis-Krystalle Deutsch ist so klar wie die Sparowskis-Krystalle Deutsch ist so geil wie die deutschen Automarkt Deutsch ist so lecker wie die Sparowskis-Krystalle Deutsch ist so logisch wie Einsteins E gleich M² Deutsch ist so genau wie die Sparowskis-Krystalle Deutsch ist so reich wie die Schweizer Banken Deutsch macht Spaß Wenn du das erlebst, dann verstehst du es Die deutsche Sprache ist wichtig und hat viele Vorteile Deutsch entdeckt vor uns neue Möglichkeiten Die Deutschkenntnisse sind heutzutage einfach nötig Von ihm jetzt gehörst, was ne? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt bei uns oder bei unseren Lehrern entsprechende Musik bemürey hnlich 3 wie fs